Guten Morgen! Heute möchte ich Euch ein paar Impressionen geben von dem Samstag, zum einen meiner Reise zu dem Pizzatreffen und zum anderen möchte ich Euch das aktuell für mich beste Pizzarezept vorstellen. Ich sage aber dazu ich bin noch nicht komplett zufrieden, aber es ist ein Rezept was als Basis auch für Euch sehr interessant ist, weil es halt low fat ist und echt viel Gemüse enthalten ist und extrem einfach ist und von daher denke ich, dass das den ein oder anderen von Euch auf jeden Fall als Inspiration auf der Reise nach seinem eigenen persönlichen besten Pizzarezept ist, aber erstmal die Impression von meiner kleinen Reise zu dem veganen Pizzatreffen. Ja, also ich bin wieder auf dem Weg und zwar ist jetzt, ja ich glaube es geht so langsam wieder los bei den ganzen Events, weil der Winter ist vorbei, zumindest hoffe ich das so ein bisschen und ja und jetzt ist ein veganes Pizzatreffen, so selber gemachte Pizza und die Problematik ist, ich habe zu dem Treffen schon länger zugesagt und ist halt eine vegane Pizzatreffen und ich bin ja nun zwar noch vegan, aber bin ja eher so auf der rohen Ebene unterwegs und ja da habe ich einfach gesagt, dass ich im Endeffekt ja halt rohköstlich unterwegs bin und dass ich halt selber mein Boot mitbringe, meine Soße und den Belag, den können wir dann quasi teilen und ja das habe ich schon gemacht und da habe ich jetzt die ganze Woche versucht einen Rohkostpizzaboden im Dörrgerät zu machen und da habe ich einiges schon im Futterherry gebracht und irgendwann wird das nochmal ein richtiges Rezept, aber dann muss es wirklich knallen, das muss richtig geil sein und ja das was ich heute gemacht habe, ist nicht richtig geil, aber zumindest ist es ein Boden, wenn man auch Konsistenz in Ordnung ist, geschmacklich halt unspektakulär und ja und den habe ich mit und dann habe ich mir eine Soße gemacht aus Tomaten, Oregano, Basilikum und Knoblauch und Cashewnüssen natürlich und das war es glaube ich, irgendwas noch was war dabei, egal auf jeden Fall, das habe ich halt gemacht und Belag halt ganz normal, Zwiebeln, Brokkoli, Blumenkohl, Tomaten, Zucchini, Pilze, alles das was man so roh essen kann, das habe ich letztlich dann auch, ja, roh, bringe ich jetzt roh mit und entsprechend freue mich, dass es los geht und, ach, das Event des Jahres, ne, ist es gar nicht, Quatsch, das Rohkostpottlag war ja schon, na gut, ok, das soll es von hier gewesen sein und vielleicht gibt es nachher auch noch ein paar Eindrücke visuell. So, ich bin doch nicht der Einzige, der hier eine Rohkostpizza isst, er geht ja jetzt in Schatten hier, ja, also das ist sozusagen die Konkurrenz, ist natürlich größer und der Teig ist aus was, aus Buchweizen? Ja, aus Buchweizen, woannacht gewässert und goldene Leinser. Aha, cool, mit Pinienkernen und sowas, ist auch lecker und das ist meine bescheidene Mahlzeit hier. Das Rezept ist von Rohkostlady. Das Rezept ist von Rohkostlady, aber Rohkostlady heißt gefühlt jeder dritte Rohkostkanal. Ja, na, die Inhaltsseite rohkostlady.de. Achso, ok, kenne ich auch nicht, auf jeden Fall. Ich habe nur gegoogelt, da kam das. Ja, es war also ganz lustig und ich war tatsächlich nicht der Einzige, der eine Rohkostpizza gegessen hat, weil ich hab ein paar Tage vorher das halt geschrieben, oder 1-2 Wochen vorher, dass ich eben jetzt, ich habe ja damals schon zugesagt zu dem veganen Pizzatreffen, wo ich noch nicht Rohköstler war, dass ich eben jetzt keine vegane Pizza mit esse, sondern dass ich halt Rohköstler bin. Und da hat sich einer bzw. 2 Pärchen auch dazu animiert gefühlt und gesagt, ok, dann machen wir auch Rohkostpizza. Weil sie einfach auch die Idee der Rohkost auch total interessant finden und für sich selber auch dann gemerkt haben, dass ihnen das besser tut. Was im Endeffekt jeder merkt, bloß manche wollen das nicht wirklich an sich ranlassen, weil es eben dann Verzicht von vielen Dingen bedeutet. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls war ich total erfreut, dass ich da nicht der Einzige war und weil die Rohkost ist natürlicher. Also wenn man schon sagt, vegane Ernährung ist so, wenn man sich trifft mit Freunden oder sowas schon problematisch. Aber Rohkost hat es dann halt wirklich noch eine Ecke schärfer. Und entsprechend war es wunderbar für mich, dass es total komplikationslos war und dass die Leute manchmal in den Ofen ihre Pizza geschoben. Es gab auch einen der war Fleischesser dabei, obwohl es eigentlich vegan ausgeschrieben war. Der hat halt seinen Käse und so gemacht und der andere hat halt mal von allen gekostet. Und das war auch interessant, als halt nur die Leute von meiner Rohkostpizza gegessen haben und eigentlich allesamt begeistert waren. Und das war noch das absolute Standardrezept, wo noch nicht groß was war und da war ich selber noch nicht zufrieden damit. Aber jetzt habe ich eine Pizza mit der ich zufrieden bin. Man kann die in klein und in groß, die habe ich allerdings ein Stück abgerissen. Auf jeden Fall, die hat richtig gute Konsistenz, ist außen knusprig und hat eine leichte, also es ist von der Konsistenz her schon mega. Und die Zutaten sind auch total einfach. Und ich habe mir jetzt gedacht ich könnte das Rezept einfach nochmal machen, aber ich habe hier noch ein paar Pizzen rumliegen. Und ich möchte es Euch einfach mitteilen, weil es ist noch nicht das Endprodukt für mich, aber es ist halt ein guter Ansatz, eine gute Inspiration für Leute die auch schon ein bisschen Rohkostpizza ausprobieren wollen. Weil es eben so einfach ist und wieder oft ein Rest der Verwertung ist. Und zwar dieses Pizzarezept ist für 8 Pizzen 600g Blumenkohl, 400g Zucchini und dann kommt nur noch kleine Sachen dazu. Und zwar 20-25g Leinsamen, 20-25g Hanfsamen ungeschält, dazu 10g Flohsamenschalen gemahlen und eine Prise Zucker und eine Prise Salz. Und das ist das Rezept und das war's. Also im Endeffekt nur Blumenkohl und Zucchini, relativ wenig Samen auf 8 Pizzen verteilt könnt ihr euch mal ausrechnen, das sind ungefähr 5g Samen pro Pizza. Und entsprechend die Pizza schmeckt jetzt so ein bisschen Sauerteig ähnlich, also ein bisschen säuerlich würzig. Ich hätte die gerne noch ein bisschen milder und dann muss ich halt mal schauen was ich da mache. Auf jeden Fall als Grundrezept wäre 600g Blumenkohl, 400g Zucchini und 10g Flohsamenschalen. Und ausgehend davon könnt ihr schauen, ein bisschen Fettigkeit in Form von Samen und Omega 3-Fettsäuren Leinsamen würde ich euch empfehlen. Hanfsamen ist halt auch Omega 3 und mag ich geschmacklich sehr gerne diese leichte Hanfnote und Salz und Zucker. Aber man kann halt noch variieren, man kann natürlich auch direkt in den Pizzateig Oregano reinmachen, Basilikum machen oder italienische Kräutergewürzmischung direkt. Ihr könnt ja schon damit arbeiten, ist halt die Frage was ihr in der Soße macht. Und wenn ihr zum Beispiel das einfach nur als Gemüsewraps nehmen wollt, das heißt ihr nehmt so ein Ding und wickelt euch dann einfach frisches Gemüse ein und latzt das hinter. Dann ist es wahrscheinlich schon ganz gut wenn ihr da schon ein paar Kräuter mit reinmacht. Wenn ihr das direkt als Pizza wollt, wie ich das jetzt probiere, dann sollte der Teig relativ mild sein. Ich wünsche euch weiterhin eine wunderschöne Woche und wir sehen uns morgen wieder. Machts gut euer Christian. Tschüssi.